Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Heute geht es um den Vaginismus und wenn du jetzt zehn Fragezeichen über deinem Kopf hast und überhaupt noch nie von einem Vaginismus gehört hast, dann geht es dir wahrscheinlich so wie vielen anderen, denn der Vaginismus ist nicht sonderlich populär und dennoch kommt er relativ häufig in der gynäkologischen Praxis zum Beispiel vor. Was der Vaginismus genau ist, wie sich der äußert, wie man vielleicht auch eine Behandlung anstrebt, das erkläre ich dir alles in diesem Video. Viel Spaß dabei! Der Vaginismus wird auch Penetrationsabwehr genannt und da wird einem jetzt so langsam klarer, womit man es zu tun hat. Ihr müsst euch vorstellen, dass es diesen Betroffenen schier unmöglich ist, irgendetwas vaginal einzuführen, ob es der Penis ist oder ein Gegenstand, Tampon oder auch selbst der kleine Finger. Die vaginale Muskulatur und auch der Beckenboden verkrampfen derart, dass ein Eindringen nur unter größten Schmerzen möglich ist. Und das ist eine Definition, dieser Beckenboden-Krampf oder auch dieser Vaginalmuskulatur, die verkrampft. Das ist ein Ansatz, dieses Phänomen zu erklären. Ein anderes Phänomen bzw. eine andere Definition, die ein bisschen aktueller ist, beschreibt das Ganze einfach, wie es sich verhält und sagt, es ist einfach eine Penetrationsabwehr, lässt aber diese Verkrampfung außen vor, weil die tatsächlich in Studien noch nie nachgewiesen wurde. Man kann also nicht sagen, die Vaginalmuskulatur lässt sich per elektronischer Darstellung irgendwie zeigen. Also kann man auch nicht davon ausgehen, dass eine Verkrampfung der Vaginalmuskulatur ursächlich schuld ist. Nächste Frage, die sich dann auftut, ist, wie oft kommt das vor und vor allen Dingen auch warum? Und zu dem warum komme ich gleich noch. Zu dem wie viel muss man sagen, da zeigt die Datenlage, dass zwischen 4 und 42 Prozent betroffen sind von den Frauen. Es ist eine große Range, müsste ich mal sagen. Die Dunkelziffer ist sicherlich viel höher, weil einige Frauen vielleicht auch gar nicht um ihre Problematiken wissen und einfach eher dulden, dass es beim Geschlechtsverkehr zum Beispiel sehr schmerzhaft sein kann. Und hier kommt der nächste Punkt, der auch zur Diagnostik so ein bisschen führt, denn man muss natürlich organische Ursachen ausschließen. Es gibt zum Beispiel angeborene Fehlbildungen wie ein Vaginalseptum. Das ist nichts anderes als eine bindegewebige Struktur, wie so eine Art Scheibe in der Vagina, die natürlich eine Penetration durch was auch immer sehr, sehr schwierig oder auch schmerzhaft macht, weil es ein mechanisches Hindernis darstellt. Und solange man keine organische Ursache hat und dieses Phänomen trotzdem dort ist, dann muss man die funktionelle Sexualstörung Vaginismus mit auf den Tisch holen und besprechen. Wir FrauenärztInnen sind quasi die Ersten, die das auch mitentdecken. Denn die vaginale Untersuchung, wie ihr euch vorstellen könnt, ist natürlich auch fast unmöglich. Meisten Frauen wissen das schon, sagen auch schon vor der Untersuchung, bei mir bitte wirklich ganz vorsichtig. Es tut mir immer sehr, sehr weh und wenn man dann die Anamnese weiß, die Frau vielleicht auch schon länger kennt und nicht so richtig organisch weiß, woran das liegen könnte, dann muss man auch den Vaginismus mal angesprochen haben. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie kommt das eigentlich? Wie kommt es, dass ein Vaginismus bei der einen Frau vorhanden ist und bei der nächsten vielleicht nicht? Die Gründe für ein Vaginismus sind noch nicht gänzlich klar. Ich habe schon gesagt, wenn eine organische Ursache ausgeschlossen wurde, dann muss man schauen, warum hat die Frau den Vaginismus? Und tatsächlich haben Studien gezeigt, dass Frauen mit einem Vaginismus oft, nicht immer, aber oft, eine komplett falsche Vorstellung haben von ihrem eigenen Genitalbereich und auch dem der Partner oder Partnerin. Sie können sich also schlecht vorstellen, wie dehnbar die Vagina sein kann, wie sich eine Penetration anfühlt oder haben eine komplett falsche Vorstellung davon, wie groß ein Penis ist. Und können sich die Penetration überhaupt nicht vorstellen. Tatsächlich ist das ein sehr, sehr häufiger Grund, der aber noch einen anderen Grund bergen kann. Interessanterweise hat man per Studien geschaut und hat Frauen genommen aus dem Kollektiv, die einen Vaginismus zu haben scheinen, und gesagt, malt mal euren Genitalbereich auf mit allen Öffnungen, mit dem Vaginaleingang, Klitorisspitze, Harnröhrenöffnung, Vulvalippen. Und tatsächlich, egal welchen sozialen Stand sie haben oder welchen kulturellen Background oder auch welchen Intellekt, haben Frauen mit Vaginismus diese Zeichnung komplett falsch angelegt. Hochinteressanter Aspekt. Hinter dem aber auch sich noch Schlimmeres verbergen kann. Denn nicht selten steht hinter einer Frau, die einen Vaginismus hat, auch eine Vergangenheit als Missbrauchsopfer, als Sexualopfer oder auch als Gewaltopfer. Also muss man, auch wenn man eine Frau mit Vaginismus vor sich hat und die Diagnose gestellt hat, tiefer graben und natürlich auch psychiatrische oder auch psychologische Therapie mit anbieten. Paartherapie, Sexualtherapie sind natürlich immer Ansätze, aber es muss eben auch auf dieser Ebene weiter geschaut werden. Deswegen auch therapeutisch ist natürlich eine Sexualtherapie, eine psychiatrische Therapie, die vor allen Dingen nonverbal, kreativ, symbolisierend und körpertherapeutische Elemente in sich haben, sehr, sehr hilfreich. Aber auch natürlich eine klassische Sexualpaartherapie zum Beispiel kann extrem hilfreich sein. Das ist, sagen wir mal, die eine multimodale Ebene. Die nächste ist sicherlich, diese vaginale Penetration und dieses Verständnis dafür möglich zu machen. Es gibt zum Beispiel auch vaginale Dilatatoren. Das sind kleine Stäbchen, die wirklich von fast Streichholzdicke bis dann 3-4 cm dicke und größer gekauft werden können und sich nacheinander, also sukzessive gesteigert werden kann, um zu schauen, welche Penetration ist möglich, wie fühlt es sich an, wie fühle ich mich dabei, um einfach auch dieses Biofeedback zu haben. Und dann sind wir beim nächsten Thema. Ja, auch Beckenbotentraining, Biofeedback kann eine Möglichkeit sein, das Gefühl für den eigenen Genital- und Unterleibsbereich wiederherzustellen, um diesen Vaginismus eben zu mindern. Wichtig ist halt, den Vaginismus als solches, deswegen gibt es jetzt dieses Video auch zu erkennen an sich selbst, wenn du dich jetzt also wiedererkennst und sagst, okay, es ist bei mir nicht unmöglich, aber es ist schon relativ schwierig, kann das auch ein Vaginismus sein. Kurz noch, es gibt auch einen primären oder einen sekundären Vaginismus. Also primär bedeutet, ich habe den schon immer gehabt. Ich kann mich schon mit 15, 16 oder noch früher daran erinnern, dass ein Tampon einführen eine absolute Katastrophe war und ist. Oder aber es gibt einen sekundären Vaginismus, der sich erst entwickelt hat, zum Beispiel auch nach einer traumatischen Geburt, kann auch ein Vaginismus entstehen. Ganz wichtig ist halt, die Awareness zu schaffen. Es gibt den Vaginismus, die Partnerin oder den Partner mit einzuholen und zu sagen, daran und hieran liegt es und sich dann natürlich Hilfe zu suchen. Da sind die ersten Ansprechpartner sicherlich auch wir GynäkologInnen, aber natürlich auch Sexualtherapeuten zum Beispiel. Ich hoffe, ich konnte dir das Thema Vaginismus ein bisschen näher bringen. Du hast jetzt eine grobe Vorstellung und weißt jetzt vielleicht auch, was mit dir los ist und kannst dir jetzt Hilfe suchen. Ich würde mich über ein Abo freuen, auf jeden Fall ein Like, sodass ich meine Arbeit hier fortführen kann. Und sollte euch sonst noch ein Thema auf dem Herzen liegen, schreibt es mir in die Kommentare und ich werde mich dem annehmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.